Auf dem Herrenberger Wochenmarkt ist immer was los, auch wenn er ausnahmsweise mal nicht auf dem Marktplatz stattfindet. Da gibt es Blumen, frisches Obst und Gemüse, Wurst, Fleisch, Käse, leckeren Spargel und Ines Böttcher. Ohne richtigen Stand, ohne Kasse, nur mit Sessel, Schild und Koffer. Und was gibt es hier? Ja, bei mir gibt es eigentlich Gespräche, also nicht unbedingt, also auch Informationen, was macht die Stadtverwaltung, was ist da los in der Stadt, besonders in der Herrenberger Altstadt. Aber ich möchte eigentlich mit den Leuten ins Gespräch kommen, das ist so meine Idee hier auf dem Markt, weil einfach die Herrenberger gerade am Samstag sind die schon ganz gute Marktbesucher. Ines Böttcher ist nämlich die neue Quartiersmanagerin. Die Aufgabe dabei, in die Bevölkerung gehen, mit den Menschen sprechen und herausfinden, wo es hakt, was fehlt oder auch was gerade richtig gut läuft und den Leuten gefällt. Gerade in Herrenberg gibt es auch schon ganz viele Sachen. Es gibt Vereine, es gibt Organisationen, es gibt wirklich Akteure, nennt man das dann, die hier schon ganz viele Dinge tun und die Bürger wissen es vielleicht nicht. Und das ist auch eine meiner Aufgaben, dass ich mit diesen Akteuren, nennt man die eben, Organisationen, ehrenamtliche Gruppen, Initiativen, aber auch natürlich Unternehmen, dass ich auch mit denen in Kontakt trete, mal reinhöre, was wollen die eigentlich, was versuchen die eigentlich an den Bürger schon vielleicht seit Jahren heranzubringen und dass man die dann untereinander verknüpft. Kurz, das Quartier soll ein bisschen lebenswerter für seine Bewohner werden. Lebenswerter als die Herrenberger Altstadt? Mit alten Fachwerkhäusern, verträumten kleinen Gässchen und netten kleinen Geschäften? Ja, auch hier gibt es Probleme. Da sind zum Beispiel dieses Kopfsteinpflaster. Sehr enge, schmale Gassen häufig, die auch sehr steil sind. Wenn Sie da zum Beispiel als Seniorin oder Senior mal mit ihrem Rollator hochfahren müssen oder auch im Rollstuhl, dann wird es schon schwieriger. Und da gibt es auch viele Bürger, die schon länger in der Altstadt wohnen, einfach alteingesessene Herrenberger. Und da war so ein bisschen die Frage, wie geht es denen eigentlich? Ist es so, können die da gut alt werden oder haben die auch Probleme? Könnten die vielleicht Hilfe brauchen? Ines Böttcher ist normalerweise im Klosterhof beim Team Bürgerliches Engagement. In den nächsten Wochen ist sie aber auch immer mit ihrem kleinen Stand auf dem Wochenmarkt anzutreffen.